Das Ferrari Daytona Was ist da los? Was ist da los? Okay Ja, brauche ich eh, oder wenn der mit so dein Wasser verharzt Von Anfang an Na, warte, 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 warte Diesmal ohne Karte Interessant Sonst hätte ich geschaut gehabt wegen der Karten Mich am besten vor Was als nächstes kommt Ungewohnt ohne Karte Aber es fährt sich aber auch relativ cool Nicht schlecht Echt nicht schlecht Kannst du gar Oh, okay, passt Zu früh gefreut Ich wollte schon sagen, kannst du gar die ganze Zeit Nitrogeber und alles drüber Der B geht rein zum Rutschen, der Haberer Ja, vielleicht werde ich in Gatschland Oder sonst was Dann beginnt er sicher zum Rutschen Aber sonst, der piekt auf der Straße Ha, wie der, Alter Barber mäßig Barber mäßig Spektakulär Spektakuläre Siege in einigen der bürfen 24 Stunden Rennen Daher kommt der Spitzname Ferrari Daytona Also ich glaube Das würde ich schon fast sagen Das ist einer meiner Lieblingsautos im Game Bist du teppert Ganz schön mit dem Tempo und alles drum und dran Der Haverer piekt auf der Straße Der Haverer piekt auf der Straße Pippi fein Pippi fein Kann ich echt nix dagegen sagen Echt nix dagegen So dermaßen geil Uuuu Da gibt mir volle Wäsche Ich wollte schon sagen wo ist der Andere Ich suche mehr Ich suche mehr den Anderen Na püßt hat der Eppert Der hat jetzt am Arschi aufgeholt Das ist das dezente Gefühl Saugeil Einer der besten Einer der besten Fahrzeuge Bist du teppert Ich bin verliebt in dieses Fahrzeug Oder wenn es geht Ich will es mir sofort holen Wenn es geht Muss ich mir das sofort holen Das ist ja ein wahnsinn das Auto Aber fix Sicher das wird so ein Auto sein Wo ich mindestens 1, 4, 1, 5 zahlen muss Safe Safe Wahnsinn der Saugeil Ich bin echt überrascht jetzt Von dem Fahrzeug Ich bin grad so dermaßen von dem Fahrzeug überrascht Und die Musik im Winter kommt Das ist ja auch der Wahnsinn Da kommt die Ziellinie Jetzt musst du das Baby nur fliegen lassen Wirklich Baba mäßiges Auto Word Word Bis zum Genema Baba Bin echt verliebt jetzt in dieses Auto Der Wahnsinn Einfach der Wahnsinn Das war richtig geil jetzt Richtig stark Mal Mit Belohnung verfügbar Das 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 Uiuiuiui γd Net schlecht Net schlecht Net schlecht Also Gut gemacht Neue Herausforderungen voraus Okepau Ja Da tue ich das hier Ich muss das jetzt einkaufen gehen er muss das jetzt definitiv wenn wenn möglich wenn möglich muss jetzt irgendwie schon empfohlen gibt es auch was in aktion wegen black friday fahrzeugkatalog ja okay das ist auch quasi mit empfohlen und alles drum und dran auch nicht schlecht dass sogar mit fünf prozent mehr xp wo sie schauen wie viel der havere kost bist du teppert finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm finde ich in ordnung ja ja definitiv definitiv muss ich mir einfach gönnen muss rot sein was wir nicht schwer irgendwie es muss eigentlich rot sein hallo ja selbst selbst ist das musste ich mir jetzt holen dass das musste ich mir jetzt holen das ist so ein geiles fahrzeug bist du der was fährt sich so wie befahren da ist jetzt auch oder muss ich selbst quasi fahrzeugtunen postage oder gewechselt oder muss jetzt sehr schön sehr schön dass du wieder da bist